Stiftung Islam in Deutschland Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Liebe Geschwister und insbesondere liebe Berliner Die Stiftung Islam in Deutschland wird inshallah in 2021 zahlreiche Projekte und Aktionen durchführen Wir starten dieses Jahr mit einer Aktion, die wir inshallah am kommenden Mittwoch, am 27.01. durchführen werden Das ist die Stolpersteine-Aktion Stolpersteine-Aktion, sagt dir der Begriff etwas? In Berlin, für die Berliner sind diese Stolpersteine, die wir oft in den Wegen, in den Berliner Wegen finden Die sind für uns schon ein Begriff Diese Stolpersteine finden wir auch vor bestimmten Gebäuden in Berlin In zahlreichen Orten finden wir diese Stolpersteine Wisst ihr, was das sind? Das sind Erinnerungsdenkmale für Menschen Die Nationalsozialisten, die haben Menschen, jüdisches Glauben, haben sie verfolgt und massakriert Hinter jedem Stolperstein steckt ein Schicksal eines Menschen Wir teilen hiermit die Geschichte von Deutschland mit der Mehrheitsgesellschaft Und weil wir ein Teil dieser Gesellschaft sind, wir teilen auch die Kultur und die Geschichte Das Leiden und auch die Freude Das, was Deutschland erfreut, erfreut uns auch Muslime, die in Deutschland sind Und das, was Deutschland in Krisen bringt und Leiden zufügt, dieses Leiden füllen wir auch mit Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur die Vorstellung habe, dass Menschen wegen ihres Glaubens massakriert, getötet, verfolgt, nein, nein, verbrannt worden sind Mit dieser Aktion stehen wir mit einem Mitleid mit der jüdischen Gemeinschaft in der ganzen Welt Und Gedenken des Todes dieser Menschen und der Verfolgung von diesen Menschen Wir werden Inshallah diese Stolpersteine mit Tüchern sauber machen Diese Aktion wird 45 Minuten dauern Wir laufen einen Weg, wo diese Stolpersteine sind Macht bitte mit und zeigt Zeichen des Mitleides für die Geschichte von Deutschland Und wir geben ein Zeichen, dass der Islam keinen Unterschied macht Zwischen Juden und Christen und Buddhisten und Naturalisten und Gottlosen und so Denn die Menschenwürde und die Heiligkeit der Menschenseele ist bei Allah so hoch und so unantastbar Barakallahu feakum Assalamu alaikum wa rahmatullah Stiftung Islam in Deutschland